Was war das denn? Ich wuschte es. Jetzt kommen wieder neue Schatten. Vielleicht können wir das Auto nochmal benutzen. Hab keinen Bock irgendwie Munition zu verschwenden. Yeah. Wow. Alter, man kann's uns auch übertreiben. Holy shit. Man kann es wirklich übertreiben. Ah. Hilfe, Hilfe. Boah, einfach ins Geschehen. Einfach ins Geschehen rein. Jetzt musst du rennen. Allen, rennen. Ren, du bitch. Yeah. Renn. Fynn. Mach die Tür zu. Die Tür geht von alleine zu. Super. Oh. Tchuh. Ah, das war doch super. Mann, ich hab hier die Leuchtpistole ausgewählt. Mann, wieso macht denn der die Kacke? Nur weil ich die einsammle, heißt das nicht, dass ich die gleich benutzen will. Poh, Häuser sind das Schlimmste. Mann. Was haben wir hier? Munition, Batterien, und weiter geht's. Wow. Alter. Nein. Nein. Man macht das nicht. Man erschreckt keine Leute, die man nicht kennt. Das macht man einfach nicht. Das ist unhöflich. Das ist noch einer. Alter. Geh aber hoch. Na bitte. Im engen Raum kann man ruhig mal eine Granate werfen. Oh, hab ich mich erschreckt. So. Huh. Es ist ruhig geworden. Zu ruhig. Für diese Jahreszeit. Um Alice zu finden, müssen wir durch verschiedene Kontrollpunkte gelangen. Das gibt's doch nicht. Es wird immer schlimmer. Das Spiel. Boah, Alter. Boah. 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 Das glaubst du nicht. Wo kommen die denn her? Ich muss gleich meine Unterhose wechseln. Was steht denn da? Äh. Trust no one. In the dark. Ja, ist klar, dass ich keinem in der Dungleit vertrauen darf. Oh, dieses Scheiße. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mich mit diesem Beatmen immer aufrege? Wo geht's weiter? Klettern kann er? Das spaßt ihn nicht. Ach, da. Shit, 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 shit. Shit, shit, shit. Oh, ist... Das Sofa sieht ja cool aus. Das ist ein richtiger Bonze-sofa. Bonze-sofa. Oder Couch. Follow. Oh, oh, follow. Was das? Wer malt das? Ich will das wissen. Wer gibt uns diese Graffitis? Diese Tipps? Der liebe J? Ich glaub wohl nicht. Heul mal nicht rum, Alan. Wo müssen wir lang? Das sieht mir wieder verdächtig nach Fahren aus. Mit Blendgranaten. Ich liebe Blendgranaten. Ich liebe Blendgranaten. Alter, was ist jetzt los? Wie geht das denn? So. Wir haben Tatsache das maximale Limit an Revolver-Munition. Das ist nicht zu fassen. Wenn ich daran an das eine Mal denke, wo wir extrem wenig Munition hatten, das war echt schlimm. So, dann nimm mal den Schalter. Auf jetzt. Lass mich zur Ruhe. Ich hab ne Taschenlampe. Und ich werde sie auch einsetzen. Die Blendgranaten gehörten nie im Leben zur Standardausrüstung einer Energiefirma. Können wir denn das Auto benutzen? Nee? Boah schade, ich hab mich ja schon gefreut, das Auto zu benutzen. Achso, dann haben wir hier einen kleinen Umweg gemacht. Weil hier ist nichts weiter, schade. Dann waren wir ja schon richtig. Zack! Oh, kann man hier rein? Wow! Alter! Weg mit dir! Okay, das war's dann. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Leben verloren. Scheiße. Das war Fail. Na komm. Huch, nee, nee, war schon richtig. Danke. Solange ich Blendgranaten habe, fühle ich mich einigermaßen sicher. Boah, das ist so unheimlich, wenn die einfach mal auftauchen. Ey, ich bin doch ausgewichen. Mann, dein dicke, dein dicke jetzt. Nö, wollt mich verarschen. Zwei dicke. Geh hoch. Bitte geh hoch. Mann, 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 Mann. Lurft das Ding. Lurft das scheiß Ding. Da haben wir nur noch eine. Da war noch einer. Ich hab's doch gesehen. Ich hab das ganz genau gesehen, dass da noch einer stand. Ich bin doch nicht doof. Der hat uns grad eben abgeworfen. Wo ist der? Zeig dich. Los, sofort. Ich geh nicht tief an den Wald. Ich bin doch nicht bescheuert. Ach der Scheiße. Nur noch eine Blendgranate. Da vorne liegt eine Manuskriptseite. Oh, der Nebel mit dem Nebel ist echt geil. Zack. Kontrollpunkt erreicht. Nicht Coolraben. Nein. Aber ich mag dich überhaupt nicht. Da oben ist eine Thermosflasche. Aber erstmal. Versorgung. Den Pfeilen folgen. So. Überall befleckt. Überall befleckt. Und das Atmen wird schwerer. Verbrauchte niemanden. In the dark. Ja, warum schreibt er das selber. Aber gibt uns selber Hinweise und Munition. Wenn er selber sagt, dass wir keinem vertrauen dürfen. Dann dürften wir auch eigentlich auf ihn nicht vertrauen. Boah. Blendgranaten. Das ist echt lieb von dir Kumpel. Danke schwer atmender Mann. Oder was auch immer. Oh. Oh. Ich hab's gewusst. Und gleich mussten wir wieder eine verschwenden. Ich hab's gewusst. Wo bien. Wo repariert er denn? Boah. Wie viel halten die denn aus? nur noch 28 patronen aber immerhin haben wir jetzt ein paar blendgranaten mehr und davor ist die thermos flasche die ich mir jetzt hole wer stellt denn da bitte schön thermos flaschen hin hoch aufpassen ellen du weißt du bist nicht sportlich und du musst ein bisschen aufpassen so ist fein das machst du sehr fein bein trottel denn da 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 bohr wie viel munition wir jetzt immer kriegen das ist voll schön ich freue mich schrott mit munition schrott mit munition ich hatte keinen wirklichen plan ich würde dem entführer die manuskriptzeiten geben die ich für alles hat wenn das nicht genügte würde ich ihn mit der waffe zum reden haben sie gedrückt um die pump gun zu wechseln wollen wir die pump gun mal ausprobieren freunde ja war mal gucken wie die drauf ist kann man die dinger hier einschalten jawoll ich bin im licht und der längste oder rechts links oder rechts links oder rechts links oder rechts links oder rechts rechts Hey Leute, links oder rechts? Links oder rechts? Oder Licht? Nimm das! Spannung pur. Ei, 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 ei! Nimm das! Der müsste eigentlich schon längst tot sein. Ich folge mal den Weg weiter. Ich habe sonst keinen Plan, wohin. Jetzt schalte das Ding doch mal ein. Bitte, bitte, bitte! Na bitte. Nur noch eine Plan-Granate. Shit. Aber die Pumpgun gefällt mir. Da passen viel mehr, viel, viel mehr Patronen rein. Viel, viel. Und ähm... Ja, wir hatten mehr... Ja, ist egal. Bin grad ein bisschen verwirrt, wieso wir die Munition von der Pappgun dabei haben und nicht von der Schotblende. Wie wir die davor überhaupt nicht gesammelt haben! Mann, ey, jetzt konnte ich gar nicht fokussieren. Und wer fällt dauernd diese Bäume? Das ist doch nicht cool. Das Dunkel bewegte sich dort vorn in dieselbe Richtung, die ich gewählt hatte. Ein kaltes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit. War es hinter Alice her? Du Kumpel, ich glaube, du hast nur Hunger. Hochklettern kann ich immer vergessen. Oh, ein Friedhof. Oh. Die Nachtschicht kann Krebs verursachen. Holy shit. Wer ist das denn? Nein, 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 nein. Hint es. Was ist das? Wo ist der? Wo ist der denn? Boah, Junge. Komm mal her. Wie soll man das denn anstellen? Ist irgendwie albernd. Komm doch mal her. Flash wahrscheinlich. Hoffentlich regeneriert sich der Schatten nicht wieder. Das wäre sonst doof. Schön, dass das hier schon laufen kann. Ja. Haben wir es. So. Hier gibt es Licht und Batterien. Ach, schön Licht. Das gefällt mir sehr gut. Ist da vorne was? Ich bin bloß. Ich bin bloß. Ich bin bloß. Ich bin bloß. Vielen Dank.